Guten Abend meine Damen und Herren, willkommen bei RugbyTube. Wir haben jetzt gerade im Interview Raphael Pürasch, Kaderspieler der 7er Nationalmannschaft jetzt bei den Hannover Sevens bei der Europameisterschaft im Pool, also als Poolspieler nachgerückt. Raphael, sag uns doch gerade mal, wie fühlst du dich jetzt so im Team, wie seid ihr angekommen in Hannover und wie fühlst du dich dadurch, dass du jetzt noch als Poolspieler dabei bist? Meine Reise war ganz gut, ich komme ja aus Hannover, deswegen sehr unbeschwerlich. Die anderen sind auch sehr gut angekommen. Mannschaftsgefühl ist sehr gut, alle sehr konzentriert. Ich persönlich fühle mich gerade, ich habe mich schon mal besser gefühlt, sagen wir so, aber ich werde es auch überstehen, das ist kein Problem. Letztes Jahr war es ja ähnlich. Ich war ja schon leicht vorgewarnt durch die Zeitung, durch die Presse, dass der Kader schon mehr oder weniger bekannt war, deswegen war ich ja leicht vorgewarnt. Und wie siehst du jetzt auch als Teamspieler natürlich die Chancen morgen mit dem ersten Gegner als Frankreich gegen Deutschland, wie meinst du, sieht es aus, schon irgendeine Ahnung? Also ich schätze die Chancen sehr gut ein, weil wir ja auch in Split gegen Frankreich gespielt haben, die französische Mannschaft war ähnlich aufgestellt wie die Spieler, die ich heute gesehen habe. Da haben wir uns eigentlich sehr gut präsentiert und da waren wir als deutsche Mannschaft auch nicht mit der Top-Besetzung in Split. Deswegen schätze ich die Chancen sehr gut ein und ich denke auch, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Gut, also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Sie sind schlagbar. Gut. Und ihr seid ja jetzt seit gestern hier, wie sah jetzt eure Vorbereitung noch aus? Also wir haben heute einen sehr ruhigen Tag gehabt, sehr relaxt in Aspria, haben wir ein bisschen uns entspannt. Dann hatten die Trainer, Mustafa Günger und Tim Kasten noch eine Pressekonferenz und sonst war der Tag sehr entspannt und dann wurde der Kader bekannt gegeben und etc. auch. Gut. Okay. Ja, dann vielen Dank für das Interview, wünschen wir dir morgen viel Erfolg und ja, wir sehen uns dann morgen bei den Hannover Selbst wieder. Hallo Racki Deutschland, willkommen auf rugbypcube.de. Eben jetzt bei uns ist Robert Mohr, der jetzt verspätet noch zur 7er Nationalmannschaft da zugestoßen ist. Und ja, Robert, erzähl doch einfach mal, wie es jetzt alles abgelaufen ist in der Vorbereitung. Du bist ja auch ein bisschen verspätet gekommen und ja, wie sieht es aus für dich? Ja gut, ich bin so reingerutscht, weil ich hier in Hannover im Urlaub war, mit trainiert habe mit den anderen 7ern, zwar da Verletze waren oder zumindest nicht sicher, dass sie dabei sein können und dann haben sie mich gefragt, ob ich beim Lehrgang mit dabei sein würde. Dann war ich dabei. Am Anfang war ich eine Katastrophe, weil ich das letzte Mal 7er gespielt habe vor zehn Jahren, aber dann habe ich mich so ein bisschen reingearbeitet und ich denke, am Ende war es nicht so schlecht. Okay, also es war so mehr oder minder eigentlich eine spontane Aktion dann? Ja schon, es war halt nicht so geplant, sag ich mal, als ich in Frankreich losgefahren bin. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, dass ich dazu Lust hätte, klar, in Hannover war eine Heimatstadt mit dabei zu sein ist natürlich eine tolle Sache für mich, abgesehen davon, dass ich nur nicht der typische 7er-Spieler bin oder dafür so prädestiniert bin. Aber ich habe ganz gut gearbeitet an meiner Sprintfähigkeit und Agilität und versuche ich dann andere da zu machen. Okay, und du spielst jetzt auch bei, wie sieht es da aus, habt ihr jetzt Pause gerade oder hast du da problemlos frei bekommen für die Hannover Servants jetzt und ging das alles problemlos? Ich war sowieso im Urlaub, es ist nur ein Tag, den ich fehle, den Montag, was nicht ganz so einfach zu verhandeln war, weil normalerweise halt da sein müssen, weil es halt ein großer Konditionstest ist, um zu gucken, ob man ordentlich gearbeitet hat über die Ferien. Aber es war okay für das Event, ging das relativ problemlos. Okay, und noch letzte Frage jetzt, was meinst du morgen im ersten Spiel gleich gegen Frankreich? Wie stehen da die Chancen für Deutschland oder wie ist es dann auch für dich als natürlich auch Deutscher, aber der dann auch in Frankreich spielt, gegen Frankreich zu spielen? Also besser ist es natürlich in Hannover zu spielen, egal gegen wen, und ja, ich weiß nicht, die Franzosen kommen halt aus relativ großen Klubs, werden alle sehr gut ausgebildet sein, sicherlich gute Siebenerspieler, aber bei dem Spiel gewinnt immer noch der, der am meisten will und ich glaube, das werden wir sein. Gut, okay, ja, soviel von Robert Mohr, dann sehen wir uns morgen bei den Hannover Servants. Willkommen auf happytube.de. Wir sitzen hier mit Alisha Stone, der besten Spielerin der Siebener-Meisterschaft dieses Jahres in Deutschland. Sie ist jetzt hier mit der Frauen-Siebener-Nationalmannschaft auch in Hannover, wie sie sich für die Europameisterschaft vorbereiten. Und ja, Alisha, nach dem Turnier letzten Jahr in Limoges, in Frankreich, habt ihr als Achter abgeschnitten. Wie hoch habt ihr euch in die Erwartungen dieses Jahr gesteckt? Also wir wollen auf jeden Fall Platz sechs erreichen, wenn es geht noch höher. Okay, und wie viele Mannschaften sind dieses Jahr dabei? Auch zehn wieder. Gut, okay. Und wie ist das Mannschaftsgefühl so, wie habt ihr euch bisher hier in Hannover vorbereitet? Also wir hatten pro Tag drei Trainingseinheiten, wobei zweimal die Woche hatten wir auch Teambuilding-Sachen. Also wir waren im Kletterpark einmal und dann waren wir noch Drachenboot-Renn fahren. Und also das Mannschaftsgefühl ist wirklich gut, finde ich, meiner Meinung nach. Wir sind zusammengewachsen die Woche und ich sehe das Ganze sehr positiv an, also keine Bedenken. Auch wegen Holland morgen. Ich bin sehr zuversichtlich. Gut. Ja. Dann war's das schon. Bedanken wir uns bei Alicia Stone und sehen uns morgen bei den Hannover Sevens.